Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Mitglied des Auswahlausschusses für die Vergabe des Bayerischen Filmpreises 1981 darf ich Ihnen nun die Preisträger benennen. Für seine Erstlingsregie in dem Film Engel aus Eisen erhält Herr Thomas Brasch den Bayerischen Filmpreis 1981. Dieser Preis besteht aus einer Replik des Pierros aus der italienischen Komödie von Bustelli und ist verbunden mit einer Geldprämie in Höhe von 50.000 D-Mark. Ich darf Herrn Brasch jetzt auf die Bühne bitten. Vielen Dank. Er vermeidet die Methodik eines vordergründigen Krimis und filmt die subtile Studie von Menschen in einer aus den Fugen geratenen Zeit. Dieser Preis gilt dem Erstlingsfilm eines renommierten Autors und soll ihn und andere Schriftsteller ermutigen, sich auf das für sie neue Medium Film einzulassen. Herr Brasch möchte sehr gerne eine Begründung abgeben. Der Umstand, dass ich diesen Preis aus den Händen des Bayerischen Ministerpräsidenten, dessen politische Haltung der Main entgegengesetzt ist, annehme, hat unter meinen Freunden zu Auseinandersetzungen geführt. Ich möchte hier erklären, warum ich die Annahme oder Ablehnung dieses oder jenes Preises für ein sekundäres Problem halte, hinter dem ein wichtigeres zutage tritt. Unter den Widersprüchen, die unsere Zeit taumeln lässt zwischen Waffenstillstand und Krieg, zwischen dem Zerfall der Ordnung, die Staat heißt und ihrem wütenden Überlebenskampf, zwischen dem Alten, das tot ist, aber mächtig, und dem Neuen, das lebensnotwendig ist, aber nicht in Aussicht, scheint der Widerspruch, in dem ich arbeite, ein geringer. Gleichzeitig ein Denkmal zu setzen, dem anarchischen Anspruch auf eigene Geschichte und dies zu tun mit dem Wohlwollen derer, die eben diesen Versuch unmöglich machen wollen und müssen, der Herrschenden nämlich. Obwohl, wie gesagt, nicht der wichtigste Widerspruch, ist er doch für den, der ihm ausgesetzt ist, der mit dem Geld des Staates arbeitet und den Staat angreift, der den subversiven Außenseiter zum Gegenstand seiner Arbeit macht und sich selbst zur gleichen Zeit zu einem Komplizen der Macht, ein entscheidender. Er ist der Widerspruch der Künstler im Zeitalter des Geldes schlechthin und er ist nur scheinbar zu lösen, mit dem Rückzug in eine privatisierende Kunstproduktion oder mit der Übernahme der Ideologie der Macht. Beides sind keine wirklichen Lösungen, denn sie gehen dem Widerspruch aus dem Weg und die Widersprüche sind die Hoffnung. Erst sie ermöglichen den Bruch, der durch die Gesellschaft der Leistungen und der staatlichen Macht geht und durch jedes einzelne ihrer Glieder in ihrer ganzen Größe zu erkennen. Diese Gesellschaft hat sie geschaffen, hat die Künste in die Zerreißprobe zwischen Korruption und Talent geschleift und nicht die Künste werden diesen Widerspruch abschaffen. Sie können sich ihm nur aussetzen, um ihn besser zu beschreiben, sondern alle Kräfte, die zur Abschaffung der gegenwärtigen Zustände beitragen, die keine Menschenwürdigen sind. Davon handelt mein Film, auch wenn er von Kriminellen handelt, aber die Kriminalität ist der urwüchsigste Ausdruck der Auflehnung. Ich nehme diesen Preis als Ausdruck des Widerspruchs entgegen, den ich am Anfang erwähnte. Meine Arbeit wird weiter darauf gerichtet sein, den Widerspruch auszuhalten und zu verschärfen, auch mit dem Film, an dem ich zurzeit arbeite und für dessen Finanzierung ich die 50.000 Mark, die ich hier bekomme, brauche. Ich danke der Filmhochschule der DDR für meine Ausbildung. Ich danke der Filmhochschule der DDR für meine Ausbildung. Ich danke der Jury des Bayerischen Filmpreises für die Auszeichnung. Ich danke allen, die meinen ersten Film ermöglicht und mit mir zusammengearbeitet haben. Produzenten, Cuttern, Schauspielern, Ausstattern, Kameramann und allen anderen. Ich danke den Verhältnissen für ihre Widersprüche. Und ich danke den Helden meines Films, den beiden toten Kriminellen, Gladow und Wölpel, für ihr Beispiel. Und ich darf sagen, Herr Brasch, ich danke Ihnen, dass Sie sich als lebendiges Demonstrationsobjekt der Liberale Klas Bawarike hier vorgestellt haben. Vielen Dank.